ja herzlich willkommen zur zweiten staffel von ganz oder gar nicht die hasseröder fragerunde heute bei uns zu gast ist unser neuzugang maximilian ullmann grüß dich max hallo wir stellen dir heute ein paar fragen da geht es um entweder oder fragen oder auch offene fragen um ein bisschen besser kennenlernen zu können die erste frage wie hat es sich angefühlt für österreich zu spielen es war natürlich eine tolle sache es hat mich mit ehre und stolz erfüllt und ja ich bin sehr dankbar dass ich das erleben durfte du hast in linz für linz gespielt was magst du an linz besonders schon schwierige frage gleich zum anfang was ich besonders mag ist ja denke ich die stadt an sich kommen wir zu ein paar schnellen entweder oder fragen linz oder wien würde ich tatsächlich sagen wien wien oder venedig bleibe ich auch bei wien venedig oder magdeburg magdeburg sehr gute antwort an magdeburg gefällt mir besonders das umfeld würde ich sagen jeder ist hier fußball begeistert und das ist schon eine coole sache du hast in linz auch unter trainer oliver glasner trainiert bei oliver glasner habe ich gelernt ich denke den modernen fußball mit pressing gegen pressing seine spielidee und das hat mich auch am meisten geprägt was ist für dich typisch deutsch würde sagen die pünktlichkeit und typisch österreichisch wiener schnitzel kommen wir gleich zur nächsten frage dein lieblings essen wiener schnitzel an magdeburg gefällt mir die mdcc arena und an der mdcc arena fasziniert mich die überragenden fans wunderbar max das war's schon ich danke dir viermals und wünsche dir natürlich viel viel erfolg hier bei uns beim fcm dankeschön